Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ Dream und ich heiße jetzt, ich komme auf dem Dev-Blog von War Thunder. Ja, die Dev-Blogs haben wieder begonnen. Ihr wisst, was das heißt. In nächster Zeit, sobald die dann durch sind, gibt es dann wieder ein mega fettes Update mit, wer weiß alles, ne? Ja, vielleicht kriegen wir jetzt auch endlich mal bei den Franzosen die Schiffe rein, aber... Können wir nur vermuten, können wir nur hoffen. Wer weiß, was jetzt alles kommt. Ich habe ein bisschen was auf Reddit gesehen, aber wir wissen alle, äh... Was da manchmal kommt, ist auch nicht immer zu 100% gegeben, dass es auch wirklich in diesen Update kommt, ne? Daher, ja, kann man da spekulieren und vermuten, wie man will. So, ja, was wir hier vor uns sehen, ist ein kleiner süßer Scheiße, in meinen Worten, ne? Gehen wir mal auf das Video ein hier, also auf das, ja... Sound lasse ich jetzt nicht ablaufen, wegen der Musik, weil da gibt es manchmal dann, äh, Schwierigkeiten. Wie gesagt, das habe ich ja schon öfters mal erwähnt, ähm, ja, das ist ganz nice. Der Lorrain 37L Anti-Char. Der Jagdtraktor. Was ein scheiß Name. Ein Jagdtraktor, das hätte euch was Besseres einfallen können, Geijin. Gut, gehen wir mal auf Pro und Contras ein. Pro, mächtige Kanone, hohe Feuerrate, kleines Profil, jo. Contra, durchschnittliche Mobilität und schlechte Panzerung. Ja, Panzerung kann man in dem Sinn hier nicht von sprechen, weil das Ding ist ja überall offen, bis auf jetzt der Bereich, wo der Fahrer sitzt. Aber allgemein, äh, hat das Ding keine Panzerung. Das Schild hier, das hier dran ist, das hält gerade mal 12,7 Millimeter, äh, Maschinenkanonen, äh, also Maschinengewehr, äh, Kugeln aus. Das ist gar nichts. Ja, also quasi gesehen, ihr seid anfällig mit den Egenbuch 3. Jedes verdammte Flugzeug da draußen wird seinen Spaß haben und euch penetrieren und vernichten. Da steht man fest. Jo, aber gehen wir mal weiter auf seinen Daten an. Also, wir haben hier eine 47 Millimeter Kanone, die, äh, alle vier Sekunden nachlädt. Das ist heftig. Alle vier Sekunden, bumm, zack, bumm, zack. Ähm, wie fährt man das Ding? Ja, direkt in der Front ist dann auch noch, also direkt frontal fahren ist dann auch keine allzu gute Idee. Ähm, allerdings gibt es einen ganz interessanten Funfact bei dem ganzen Ding. Auf sehr kurzer Distanz, wir reden hier von 500 Meter Entfernung, hat das Ding eine Durchschlagsleistung von 94 Millimeter, die AP-Granate, mit der wir hier schießen. 94 Millimeter. Das ist enorm. Gut, der kleine Scheißer wird wohl auf dem Rating von 1,3 bis 1,7 landen. Das steht mal fest. Na, der wird jetzt, also der kommt in Rang 1, wie ihr sehen könnt, bei den Franzosen halt. Und der wird halt wirklich, ja, gehe ich mal davon aus, Rating 1,3, 1,7 ist sehr, sehr, ja, glaubwürdig eigentlich, würde ich mal sagen. Ja, aber 94 Millimeter Durchschlagsleistung, das ist enorm. Also man könnte auch auf 1000 Meter Entfernung seine Gegner da regelrecht penetrieren. Da sind ja viele Fahrzeuge dabei. Na, okay, jetzt mal, okay, 500 Meter, dann mal überlegen mit dem Abfall, äh, bla bla bla, rechnen wir mal, sagen wir mal 10, Ja, sagen wir mal, sagen wir mal 15 Millimeter weniger, ungefähr Pi mal Daumen. So, vielleicht 70, 75 Millimeter Durchschlagsleistung trotzdem noch auf der Entfernung, möglich ist es. Das ist hier ein bisschen schwierig zu, zu sagen, weil ich weiß nicht, ah, wie groß ist die AP-Granate, also ich, ja doch, ich weiß schon, wie groß die AP-Granate ist, Aber, von dem Gewicht her, ne, die Franzosen haben ja andere, äh, ja, Gewichtsmaße dann da, äh, nicht Gewichtsmaße, wie, wie ich das, ich, ich suche jetzt nach dem entsprechenden Wort, Leute. Entschuldigt, ähm, die Granate hat ein anderes Gewicht halt, von anderen AP-Granaten unterschiedlich, ne. Daher kann ich jetzt nicht zu 100% sagen, wie dann der Abfall und alles ist, aber trotzdem ist das enorm. Also, man kann mit dem Ding in die Front fahren und regelrecht da arbeiten, aber man kann auch damit rechnen, dass man sofort stirbt. Mal dazu. Ja, wir sind übrigens mit 35 kmh unterwegs, das ist jetzt nicht gerade die Welt für den kleinen Scheißer, ähm, so wie ich ihm das ansehe, würde ich mal sagen, der Rückwärtsgang ist die absolute Höllen-Scheiße. Ein Albtraum, würde ich ihr behaupten. Ja, der Schwenkbereich ist allerdings enorm, also wie es hier steht, der Schusswinkel, gut, viele können damit nichts anfangen. Ich sag's mal so, ihr könnt enorm den Winkel machen, also ihr könnt hier enorm nach links und rechts, so wie es aussieht, sieht gar nicht mal so, ja, ich würde mal sagen 30 Grad nach links und rechts. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, vielleicht sogar 45 Grad, ne. Das kann man jetzt nicht so genau sagen, wie das da, doch, guck mal. Ja, das sieht sogar aus, als wäre es komplett auf der Rundung, ne, hier komplett drauf, obwohl ich weiß nicht, wie das miteinander verbunden ist. Ähm, ja, also trotzdem, sagen wir mal 30, 45 Grad links und rechts, das ist ungefähr so grob, ne, grobe Angabe, ganz grobe. Also, ja, ansonsten finde ich ihn ganz nice. Also, ich freue mich auf ihn und werde dann auch meinen Spaß haben mit ihm. Mal sehen, was er drauf hat, ne. Die Mälen bei 94 Millimeter, what the hell, ey. Da geht ja, da geht ja jeder Panzer kaputt. Hm. Ja. Ganz nice. Das einzige Nachteilige ist halt, jedes Flugzeug, jedes Maschinengewehr macht mir einfach nur zu viel Schaden oder andere Geschosse. Na ja, gut, was willst du machen? Das ist halt so. So, dann gehen wir jetzt schnell zum nächsten über. Ja. Ein sehr seltsamer, hochmoderner Panzer. Guckt euch mal diese Wölbungen hier an. Das sieht echt schräg aus. Also, sowas habe ich noch nie gesehen bei, also mindestens, ne, ist mir noch nicht untergekommen. Hab ich noch nie bei einem Panzer gesehen. Das ist so schräg, das sieht echt, der sieht echt schräg aus. Ja, der VFM-5 von den Briten. Ein leichter Panzer, ein sehr, trotzdem schräg aussehendes Modell. Also, ja, der Schönste auf dem Ball ist er nicht. Das kann man ja eindeutig sagen. Der Schönste ist er jetzt nicht. Aber, mal sehen, ob er seinen Zweck erfüllt, ne. So, gehen wir mal auf Pro und Contras ein. Aber vorher, wie gesagt, Briten, Rang 6 würde er auftauchen. Ne, ist ein leichter Panzer, wie gesagt. So, Pro, die renommierte Kanone 105 Millimeter. Das klingt schon mal enorm. Da werden wir bestimmt ganz geile Munition verschießen können. Und gute Mobilität. Contra leicht gepanzert, ja, wortwörtlich. Ähm, in der Front hier sollen zusätzliche Panzerplatten sein, aber die halten auch nicht allzu viel aus. Also, alles in allem gesagt, ist er kaum gut gepanzert. Aber, weil er ein leichter Panzer ist, wird er über die Spotting-Funktion, die wir hier haben, verfügen. Das heißt, ähm, Vorgehensweise mit so einem Fahrzeug, kann ich dann eher sagen, nicht direkt in die Front fahren, sondern eher so ein bisschen in die Flanken fahren. Gegnerische Panzer spotten, ne, markieren für die Gegner. Äh, Gegner, für euer Team. Entschuldigt, falsche Aussage. Ja, ich bin so ein bisschen durch den Wind heute. Ähm, markiert ihr einfach für eure Leute die ganzen Panzer. Und ab und zu, wenn da mal ein Gegner unvorsichtig ist, ne, einfach mal hinter der nächsten Ecke vorlucken und bumm und zack ist er weg. Ich würde mal sagen, weil der, wie ihr sehen konntet, auf Rang 6 rangiert, würde ich mal sagen, können wir mit dem Ding auch Pfeil-Munition verschießen. Zumindest hoffe ich, dass der stark. Heat-Munition ist natürlich, also Heat-FS ist natürlich, äh, Standard. Das wurde ja so eingestellt. Das werden wir auf jeden Fall tun können. Allerdings auf Rang 6 würde ich sagen, ist aber mit der Heat-FS jetzt voller Angeschissene. Ja, der ist mit voller Angeschissene, daher. Ja, dann gehen wir mal auf mehrere Daten, äh, zu ihm ein. Wir haben noch, äh, ein Maschinengewehr vom Kaliber 7,62 Millimeter. Das ist hier irgendwo im Turm verbaut. Da an der Stelle, glaube ich, war das, kann man das hier irgendwo sehen? Ne, da, ne, da, glaube ich, irgendwo, irgendwo ist es hier verbaut. Oben auf dem Dach haben wir noch eine 12,7 Millimeter Maschinengewehr verbaut, gegen Helikopter. Ja, also wir sind gegen Helis und Jets eventuell ein bisschen, bisschen gesaved. Ein bisschen, ne? Man muss halt auch kurz hin, könnte es sein, natürlich. Ja, aber die Besonderheit ist bei ihm, 72 kmh, er ist sehr schnell. Sehr, sehr schnell. Also ich kann nur sagen, er wird sehr interessant sein, auch wenn er echt schräg aussieht. Das ist jetzt mal ehrlich. Äh, in Sachen, äh, Schönheit hat, äh, haben die Briten da wirklich versagt. Aber gut, die Briten sind ja sowieso ein seltsames Volk, ne? Ein sehr seltsames Volk, das wissen wir ja alle schon. Ja, gut. Was sonst. Ja, ansonsten ist das halt, äh, wirklich, das war wohl ein Projektpanzer. Ob der jetzt so richtig das Licht der Welt erblickt hat, habe ich mir jetzt nicht komplett durchgelesen. Das gebe ich mal zu, das steht hier alles in der Geschichte drin, ist ein Prototyp halt. Ich glaube aber, dass der nie so richtig zur Kampfeinsetzung gekommen ist, ne? Bis jetzt auf in Zukunft, nur auf Thunder, da wird das auf jeden Fall sein. Und, ja, wie gesagt, Vorgehensweise habe ich ja jetzt eben erklärt, das könnte man machen. Ah, guck mal, da unten ist ein extra Loch, ich glaube, da ist das Maschinengewehr. Ja, und, ja, gucken wir mal, wie er sich dann verhält, ne? Wie man damit arbeiten kann. Gut, bis ich den fahren kann, ich glaube, das dauert wieder ewig. Außer, ich kriege jetzt Golden Eagles geschenkt, bis zum Gehtnichtmehr. Dann kann ich den auch mal nutzen. Äh, ja, aber das dauert halt. Gut, dann gehen wir mal eins weiter, ganz schnell. Ja, einen mega fetten Truck seht ihr hier. Mit einem Raketenabwehrsystem. Ich glaube, die meisten unter euch, äh, würden jetzt sagen, ach, Moment mal, das kenne ich doch irgendwo her. Wo kenne ich das irgendwo her? Ja, gehen wir mal nach Hoppe. Hier gibt es kein Video dazu. So, die Fla-Rak-Rat. Flugabwehrsystem für Deutschland auf Rang 7. Fla-Rak-Rat. Oh Mann, ey, man hätte auch einen anderen Namen. Ich weiß nicht. Äh, fahrendes Ungetüm? Wir hatten doch sonst, wir waren doch sonst immer so kreativ. Ich sag nur Tiger, Panther, Puma, ne? Das, das sind doch mal, ja, okay, wie könnte man das Ding nennen? Äh, fette Schildkröte auf vier Beinen? Hm, keine Ahnung. Schreibt mal in die Comics rein, was ihr, wie ihr das Ding nennen würdet, wenn ihr die Möglichkeit hättet, dem Teil einen Namen zu geben. Also, ne? Das fette Ungetüm auf vier Beinen. Ne, vier Räder eigentlich. Hm, ja, irgendwas. Vielleicht auch das Biest. Obwohl, das klingt ein bisschen zu heftig. So, Pro-Kontrast, gehen wir mal drauf ein. Roland 3 Flugabwehrraketen. Und wir haben, äh, die VT1-Raketen mit einer Reichweite von 12 Kilometern. Im Prinzip sind das alles beides Luft-Luft-Raketen, mit denen man sehr schön arbeiten kann. Die Roland-Raketen, die kennt ja wohl jeder schon. Zumindest jeder Zweite hat das Ding auf jeden Fall schon mal hier kennengelernt. Damit kann man natürlich sehr schön Helikopter, Jets, alles so schön, äh, abfeuern. Außer, sie haben jetzt entsprechend, äh, Flares dabei. Dann, dann, naja, gut, dann hat man halt Pech gehabt. Oder sie sind außer Reichweite, ist auch so ein Punkt. So, Pro-Kontrast, riesige Silhouette, ja, den überziehst du wirklich nicht. Schwache Panzerung, mittelmäßige Mobilität. Ja, also den kann man nicht übersehen. Er ist auch im Grunde, ist er gar nicht gepanzert. Was wir hier alles verbaut sehen, das, das hält vielleicht ein Maschinengewehr vom Kaliber 7,62 oder vielleicht sogar 12,7 aus. Aber alles, was, äh, da drüber ist, äh, geht ja voll durch. 20 Millimeter Kanonen haben hier keine Problematik, ne. Die ziehen hier komplett rein. Und, äh, daher, dass auf diesen hohen Rang, ne, hier Rang 7, ich würde mal sagen, den stufen sie auf 10,0 dann ein. Im Rating, ähm, fliegen da schon viele Jets rum. Die haben unterschiedliche Kaliber von 12,7 bis 30, ne, es gibt sogar, wird mal, welcher Jet waren das von den Russen, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, das war irgendeine MIG, die 45er geschossen oder von sich lässt, also, äh, ja. Daher, dass hier in diesem Bereich hier die Raketen gelagert werden, ja, ist ja wohl klar, wo man hinschießen muss, ne. Nicht aufs Führerhäuschen, das ist scheiß drauf, ne. Einfach hier in die Mitte reinschießen, schon hat man den ganzen Salat auseinandergeschossen. Ja, ja, so, zu ihm gibt es ein paar kleine Infos, äh, wir haben Wärmebildkamera und wir haben ein Laserentfernungsmesser mit dabei. Ähm, ja, ist eigentlich mal so nicht schlecht, ne. Und ja, jeder Zweite würde da draußen jetzt sagen, juhu, die Deutschen bekommen wenigstens mal was. Äh, wir werden ja öfters mal auch übergangen. Ist ein bisschen schade, aber ist halt nun mal so, ist halt auch, keine Ahnung. Wir haben aber auch sehr viel, muss ich sagen. Allerdings fehlt auch noch vieles. Puma fehlt immer noch. Wo bleibt der denn, hä? Wo bleibt unser heißgeliebter, hochmoderner Puma? Ja. Kommt vielleicht noch dieses Jahr. Hoffen wir es mal. Wer weiß es schon. Ja. Puh. Naja. Ja, von ihm bin ich jetzt nicht so der Begeisterte, das merkt ihr aber auch. Ähm, ich mag schon Luftabwehr, äh, Fahrzeuge, aber diese, diese Art von, ja, erstens komme ich selten in den Genuss von sowas. Zweitens bin ich jetzt nicht so der Fan davon. Ja, aber, Vorgehensweise, falls sich das einer fragt von den Neulingen da draußen, wie soll ich mich mit dem Verhalten und, äh, hinstellen? Ganz einfach, ihr spawnt, ihr fahrt ein Stückchen zurück, damit nicht jemand auf euch drauf spawnen kann. Nicht, dass dieser Fehler nochmal existiert. Möglichkeit besteht, ne? Und dann, äh, bleibt ihr einfach hinten, ne? Und jedes Mal, wenn ein Jet auftaucht, ne, ihr wisst ja, wie man da vorgeht. Im Arcade oder im Realistisch. Bei Simulator weiß ich es ehrlich gesagt nicht so ganz. Hahaha. Ich hab noch nie ein Flugabwehrsystem im Simulator verwendet. Aber das ist wie beim, äh, Realistisch, würde ich mal behaupten, das ist da genauso schwer. Ja. Gut, Leute, das war's. Ne? Drei Stück sind gekommen. Mal gucken, was in nächster Zeit noch so alles kommt in den Dev-Blocks. Schauen wir mal, ne? Bin in der Hoffnung, dass wir noch ein paar Zweite-Welt-Kriegssachen kriegen. Wieder kleine Scheiße jetzt hier. Also nicht nur Panzer, sogar auch Flugzeuge. Ne? Vielleicht bekommen wirklich die Franzosen auch ihre Schiffe. Ne? Das steht aber in den Sternen. Ja, warten wir's mal ab, ne? Wer weiß, was noch auskommt halt. Gut, dann. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst einfach mal ein Like, ein Comi oder ein Abo da. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag. Und bleibt mir gesund. Und ja, viel Spaß beim Zocken, ne? Also bis dann, Leute. Ciao.